Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Meteor Pictures Game. Wir sind hier mal wieder in Dirt Rallye unterwegs. Heute allerdings mal, ja, jetzt ist hier halt die Tracker A, die habe ich ja jetzt neu. So diesmal erstmal noch hier mit der Cap, weil ich das andere Ding noch nicht drangebaut habe. Das funktioniert zwar auch mit meinem selbstgebauten Ding, aber nicht ganz so gut. Deshalb wir probieren es heute einfach mal mit der Cap. Die Tracker A sagt auf jeden Fall, es läuft gerade mit einem unterstützten Spiel. Also denke ich mal, dass es ja hoffentlich hier geht dann. So nehmen wir mal das Ding hier lang. Joa, einfach mal hier so eine Etappe und dann schauen wir mal, mit was für einem Wagen wir jetzt mal fahren. Was haben wir hier schönes Tunae Rallye? Haben wir schon mal gefahren? Ja, ich glaube schon, ne? Wir haben einen guten Polo, den könnten wir natürlich fahren. 2000er. Oh, das stimmt, wir haben zwei Focus S. Hier haben wir einen schicken Focus S, den ich so gerne mag. Oh, obwohl der ist der 2007er eigentlich, wo ich stehe auf den 2010er. Ähm, ah, das hier waren die guten. Was ist das denn für eine Klasse? Ach, R4, was auch immer R4 jetzt für eine Klasse ist. Ich finde, wir nehmen wir mal die guten so barrufen. Mal schauen, welche Alackierung. Z ist ganz nice. Oder die hier. Nehmen wir mal heute mal die hier. Ich meine, meine gute. Ich kann ja auch mal was anderes nehmen. So, heute fahren wir mal ohne Schaltung hier, sondern einfach nur mit Schaltwippen. Oder? Ach, ach, wisst ihr was? Quatsch. Komm, wir fahren mit richtiger Schaltung. Einen Moment. Ich meine, eigentlich richtig authentisch wäre es sowieso eigentlich eher hier mit, äh, eigentlich wäre es ja hier eher authentisch sequentiell, also mit sequentieller Schaltung zu fahren, aber wir machen jetzt erstmal eine Testfahrt so. Handbremse ist heute nicht angeschlossen. Mal. So. 5, 4, 3, 2, 1, Vorsicht. 6, 6, über 100, über Kreuzung. Oh. 100, über Brücke. Das ist jetzt gerade ein bisschen... Ach je, ich habe die Gangstaltung gar nicht angeschlossen. Na, hoch. Aber eine Option habe ich doch jetzt in Einstellung eigentlich. Oder sequentiell. Na gut, dann. Gehen wir mal zu... 6, 6, über Kreuzung. Rechensex macht zu bis... Also eigentlich müsste es jetzt gehen. Tuch schon runter schauen. Eigentlich müsste es... Ha. Habe ich denn... Jetzt sind die ganzen Gang hier nicht... Oh Gott. Na gut, dann muss ich eben einmal kurz auf... So, auf vorherige zurück. Dann müssen wir kurz auf Einstellung hier heute mal auf... Manuell... Sequentiell... Heute... Ja, über Kuppe, nicht schneiden. Sehr schön worden. Nice. Das können wir uns hier so richtig umdrucken. 80, Kuppe, Welle. Links 6, 6, links... Oh, da habe ich ja... Übertrieben gerade. Vorsicht, links 3, über Kuppe, nicht schneiden. Kuppe, Sprung, vielleicht Senke. Rechts 6, macht zu bis 4, über Kuppe, Sprung. Ja, reicht nicht, wie gut es geht. Macht auch von Leuten bis 100. Welle, Kuppe. 80, durch Senke, Kuppe, vielleicht Sprung. 40, über Kult. Links 4, über Kuppe, Sprung. Kuppe, 160. Uuuhu. Naja, einfach wieder zurückgedreht. Ich meine, kann man auch bringen, ne? Ah... Ich möchte das auch heute eher lockerer halten. Ich meine, ich will eher so ein bisschen rumfahren, weil ich eigentlich das mit dem Gucken ausprobieren soll. Und es ist schon ganz cool, gerade wenn man da gerade so am rumdriften ist, da kann man natürlich jetzt Ja, wir sind doch im Ziel. Was wollen die denn? Da kann man sich viel dann einen guten Überblick verschaffen. Das ist eigentlich ganz nett. Man sieht so aus, als hat er OZ-Felgen. Eigentlich wäre das richtig gewesen mit OZ zu fahren, mit der Lackierung, aber egal. Das war ein bisschen zu früh geschaltet. Ich war das noch so gewohnt, weil ich bin die letzten Male immer nur... Ich bin die letzten Male immer nur Rallycross gefahren und da war das ist so. Vorsicht, links 3, überkuppe nicht. Nein, ich wollte Audio. Ich finde gerade ein bisschen laut, ne? Äh... Äh... Sag mal, wo ist hier? Gibt's irgendwie normal? Musik... Ich mach das mal alles kurz auf 70, ne? Bzw. Geh mal bei allen anderen runter. So ist vielleicht ein bisschen netter, hört man mich vielleicht ein bisschen besser, obwohl ich sowieso im Moment ziemlich laut eingestellt bin beim Mikrofon. Oh, Frap, das läuft doch gerade hier nur mit 30 FPS. Aber ich hoffe, das ist okay. So... Oho... Rechts 6. Rechts 3, über Kuppe nicht schneiden, macht Aufladen. Kuppe in Kuppe, vielleicht Sprung. Kuppe über Kreuzung 40. Achtung, rechts 4, über Kuppe, Sprung. 60, über Kreuzung. Links 4, halb lang, über Kuppe in Kuppe 60. Oh, nicht gut aufgepasst. Hier war das Ziel eben noch. Rechts 4, über Kuppe, Sprung. 60, über Kreuzung. Rechts 4, über Kuppe, Sprung. 60, über Kreuzung. 60, über Kreuzung. Rechts 4, über Kuppe, vielleicht Sprung. In Welle. Links 6, über Kuppe, vielleicht Sprung. Oh, knapp noch an den Zuschauern. Für bei Helfer. Verläufe bis 150, über Welle. Mach zu bis 5, durchsenke Kuppe, 60. Rechts 5, Kuppe, vielleicht Sprung. Mach Aufladen. 100. Lieber Brem... Ja, Staff ist jetzt auch zu spät fürs Bremsen. Kuppe, Kuppe, Sprung. 60, über Kreuzung. Rechts, halb lang, über Kuppe. Also, ich bin immer... Ja, hör mal auf zu. Ich bin immer wieder erstaunt. Bei einigen Rennspielen kann ich mich echt besser konzentrieren, wenn ich rede. Sogar mit irgendwelchen Leuten so. Aber hier ist es mit dem Moderieren tatsächlich immer hier bei Dirt Rally. Da wird schon so eine gewisse Konsultation gefordert, die tatsächlich nicht da ist. Wenn ich hier immer kommentiere. Das merke ich tatsächlich immer wieder. Ich fahre in den Videos hier wesentlich schlechter, als wenn ich so fahre. Denn so bin ich zwar auch nicht gut da drin, weil ich es einfach dafür leider zu selten spiele. Kommen wir selten dazu. Aber... Ich baue sonst normalerweise wenigstens keine Unfälle down. Ich baue vielleicht mal ein, zwei Unfälle höchstens bei. Auf einer Stage. Weiter rüber, komm. Achtung rechts vier übersprung runter. Aber ich weiß noch, hier... Das war ein ganz ähnliches Stage hier. Eine ganz ähnliche Ecke wie die eben bei Dirt 3 noch. Ich war ja auch in Finnland. Da habe ich den Sound aufgenommen für mein eines Video, was glaube ich... Also eine kurze Clip, der glaube ich auch auf meinem Kanal drauf ist, mit dem blauen Ford Focus, dem alten. 2001er, den ich da animiert habe, der da so rumdriftet und so ein Rallycross... Rechts vier über Kuppe macht auf über Welle 16. Ja, das Rallycross-Logo so. Das sage ich mal kaputt gelüftet in so Einzelteilung. Links fünf. Rechts vier lang, mittig halten, über Kuppe. Links vier über Kuppe 80. Rechts vier lang, über Kuppe nicht schneiden. 40. Ach, das war der Baum. Ja, komm, 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 komm. Links sechs, macht zu bis vier, über Kuppe. 60. Rechts sechs, macht zu bis drei, 1115. Okay. Man muss manchmal auch einfach ein bisschen auf die Ansagen achten. Ach, das ist ja scheinwäsche Stimpern wir auch, die ja zum Glück auch noch automatisch funktionieren. Den Würde müsste man die noch... Also man kann sie auch manuell bedienen, aber müsste ich das dauernd machen? Das wäre ein bisschen schwierig, das noch dabei zu koordinieren. Dann würde man es wahrscheinlich meistens einfach lassen. Ach, das ist so verkackt jetzt. 130. Achtung, Kuppe, Fremdsprung. Kehre rechts, nicht schneiden. 80, Verkreuzung. Links vier, halb lang, weit in treiben. Ich muss einfach... Ich dachte, der fährt da vielleicht mal rum hier. Aber nee, war nix. Ich dachte, ich kriege ihn da ein bisschen rumgeschleudert. Einfach so mit dem Motor. Aber... Diese blöden Gremien immer an der Seite in Finnland. Aber ich mag Finnland ansonsten. Ich fahre Finnland an sich gerne, weil die Stages an sich ein bisschen breiter sind. Das ist immer so... Wenn man halt nur so locker fahren will, ist das immer ein bisschen netter als der andere Krams. Hier gibt es auch nicht so schlimme Kurven einfach so. Vielleicht... Okay, so breit sind sie gar nicht mal, aber die Kurven sind nicht so schlimm. Und es gibt nicht wie in Wales diese... Also es sind mir noch diese Gräben lieber als in Wales diese fiesen Pflöcke da im Boden, wo man immer wieder aus wie sie entgegenfährt. Oder voll reinfährt, weil man sie nicht sieht im Rasen. Oder ein Baumholder hier in Deutschland, die... Aha! Immer diese Hinkelsteine da. Oder die Meilensteine oder was auch immer. Ah! Ey, ey, ey! Oh! Wir können mal sehen, wie gleich unser Wagen aussieht. So. Das wird wahrscheinlich schrecklich. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht schön ist, was da so rauskommt. Ich hätte doch mal ein bisschen wieder einen Gang runterschalten können. 5 ist doch eigentlich weit. Oh Gott! Das ist bei dem Schild. Ich dachte eben grad, da steht jemand während der Straße vorbei. Reikbeinig da! Man ist doch jetzt jemand ein bisschen gekonnt. Grade. 80. Kleine Kuppe, vielleicht umsichtbar. Hi, ein bisschen zu weit links. Kuppe, 80. Rechts 5, Lamm, über Kuppe, mach zu bis 300. Rechts 6, Halt, ab 60. Scheibenwischer. Links 4, nicht schneiden, mach auf. Ich habe nämlich, also bei dem Dreck auf der Scheibe, wenn sich da die Sonne so drin reflektiert hier, dann kann man reichlich wenig sehen. Rechts 4, Lamm, nicht schneiden, über Kuppe. 60, Kuppe, und mittig, halb, über Kuppe. Mittig, halb, über Kuppe, Sprung. Links 6, halb, lang, über Kuppe, vielleicht Sprung, 80. Links abbiegen, 3, über Kuppe, täuscht. Rechts 6, links 5, halb, lang, mach zu bis 300. Rechts 3, über Kuppe, nicht schneiden, 60, lange Kuppe, und Kuppe, Kuppe. Links 6, halb, lang. Rechts 4, 80, nicht schneiden, 40, mittig, halb, über lange Kuppe. Ah, das kann manchmal auch helfen, aber das ist immer schwer hier beim Fahren das zu machen. Würde man ja in echt auch nicht tun. Rechts 4, 80, nicht schneiden, 40, mittig, halb, über lange Kuppe. Das ist ja generell immer so ein bisschen, ah, ja, 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 im Auto manchmal das Problem. Manchmal bräuchte man gerade den früheren Sitz, aber so fürs gesamte Fahren hat man halt so die Position, die hier eigentlich ein bisschen besser einem gefällt. Links 4, lang, macht auf, Kuppe, Sprung, Kuppe. Links 4, macht zu bis 3, über Kreuzung. Rechts 5, über Kuppe, links 4, lang, über Kreuzung, nicht schneiden, macht zu bis 3, lang. Was war das denn jetzt? Komm, geh mal raus hier. Was war das denn gerade hier? Ich sehe auch die Strecke einfach nicht mehr. Alter. Ja, das war jetzt natürlich hier voll Kossa. Ja, halleluja, ich weiß nicht, übersteuert gerade total. Das muss man sich mal geben. Siebt da immerhin, ne? Aber die, die... Ich mach mal kurz die Musik... Ich kann die Musik nur ganz ausmachen, ne? Ich weiß immer nicht, wie das hier so rechtlich mit der Musik ist. Ich weiß nicht, wie das hier so rechtlich mit der Musik ist.